Für Zugang auf viel wichtige Online-Ressourcen zu holen, muss als Schüler sein IAM-Konto aktiviert tun. Geht auf die Seite iam.education.alu Loggt euch am virtuellen Büro mit einem persönlichen Enseignungs-IAM an. Klickt unten auf der Seite auf den IAM für Kids. Hier könnt ihr die Aktivierungskoden als PDF und Ruflöden andrecken. Loggt euch zurück und meldet euch auf. Am Normalfall müsst Kant selber oder Mathilde für seine Eltern das Konto aktivieren und ihr Passwörter stellen. An diesem speziellen Moment rekommendere ich mir erst, Konto selber zu aktivieren und Passwörter zu stellen. Die misst dann der Schüler den IAM-Benutzern um an Passwörter zu kommen losen. Kann er und zu allen Momentmöglichkeiten Passwörter um zu ändern. Er lovweise mir erst, wen Konto aktiviert. Klickt auf den Button ganz oben für Konto aktivieren. Setzt dann die nötigen Informationen an. Bei einem nächsten Schirm muss da ein Passwörter stellen, der den Ufflöden entspricht. Von dem Moment tun, also im Konto erkontaktiv und nicht kann auf Online-Ressourcen zugreifen wie www.efrancais.lu, www.mathematik.lu, www.portal.office.com und den auch um multi-script.lu findet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017